So, und so gehen wir aus dem Haus. Komm mal. Und rohlen. Wie haben wir es gelernt? Sitz. Schön, Sitz. Hey, da kommen wir. Da kommen wir. Und Sitz. So geht das, genau. So geht das. So macht es gut. Und Sitz. Wer geht als erstes? Ich. Wer geht als erstes aus der Tür? Da. So ist es. Ganz entspannt. Du weißt, ob es auch bald kein Thema mehr. Bravo, gut machst du's. So, wo? Essen ist schon überhaupt kein Thema mehr. Du weißt, wo du hin gehörst. So ist es. Und schön, Sitz. Freiwillig, jawohl. So ist das gut. Baby, du bist ganz super. Schönen Augenkontakt. Und geht schon. So, mit dem Weißkorb geht es auch schon besser. Länger. Ohne Probleme. Danke. Und was sagt uns der Aaron da gerade? Nasenarbeit. Nasenarbeit gibt mir Nasenarbeit. So, mit dem Weißkorb geht es auch schon besser. So, mit dem Weißkorb geht es auch schon. So, mit dem Weißkorb geht es auch schon besser. Das ist auch schon besser. So, mit der Ausdauer wird es auch besser. So, mit dem Weißkorb geht es auch besser. So, mit dem Weißkorb geht es auch besser. Das ist kein Problem. Ja, ich will den Bildern. So geht das. Ohne Streit. Regionalbusse. Die erste Straßenbahnfahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.